Auf zur nächsten Mission. Akt 3. Schlechtes Karma. Tibet. 11 Uhr. Juliette. Heute. Alles klar. Entschuldigt. Jetzt speichert er erstmal. Alles klar. Deal vermasseln. Vermutetes Überraschungsmoment. Bin ich der Einzige, der hier ein verdammtes Déjà-vu-Erlebnis hat? Du sagst es. Aber wir müssen das Ganze in den Griff kriegen. Zumindest für Keller und seine Jungs. Das ist wohl der Moment, wo ich Hurra schreien sollte. Also wieder besseres Wissen. Hurra, Bruder! Na dann, auf geht's, würde ich sagen, oder? Moment. Kontakt oben auf dem Tempel. Siehst du ihn? Oh. So ist einfach ein Streifschuss an der Wacke. Nope. Gefahr eliminiert. Okay, lass uns weiter. Hm. Da kommt jemand schnell hinter die Säule. Bin doch schon längst da. Der Rechte gehört dir. Ergibt Sinn. Ich spring nicht rüber und bring den Linken um. Hm. Okay, wir rücken vor. Alles klar. Wir stürmen auf dein Zeichen hin. Was? Stürmen? Oh Gott. Mein Sniper-Sniper. Keine Ahnung, wie es am Tempel aussieht. Bleib ruhig. Stürmen. Ist mir irgendwie anders vorgestellt, aber okay. Sieht übel aus. Verdammt. Wir müssen so viele wie möglich mit einem Schuss ausschalten. Check mal, ob man bei einem eine Granate offensieht. So, würde ich da mal gucken. Ne, das war nicht so geplant. Da müsste einer eine Granate haben. Der nicht. Der nicht. Okay. Wenn ich den da oben treffen könnte, wäre das schon mal ganz gut. Der müsste nur mal kurz stehen bleiben, damit das einfacher förmlich wird. Gefahr eliminiert. Oder ich mach's so. Der hier ist auch außer Sicht. Von daher... Guter Schuss. ...könne sich auch verabschieden. Wie weit hab ich's denn hier rüber? Da rüber? Ach, scheiße. Beide nicht weit. Allerdings weiter hier. Ups. Das ist natürlich blöd. Von hier aus. Ah. Da hat doch einer eine Granate am Gürtel. Gut. Gute Arbeit. So. Der hat mir fünf Ziele eliminiert. Mit drei Schuss, wohlgemerkt. Achtung, feindlicher Heli. Unser Massenvernichtungswaffenfanatiker ist hinzugekommen. Der Wind wird den Piloten eine Weile beschäftigen. Aber wir müssen dranbleiben. Stimmt. Der Wind hier oben in den Bergen... ...ist nicht gerade ohne. Ich mein's immerhin Tibet hier. Also von daher... ...brauch ich nicht. Aber nachladen kann ich mal. Lass uns mal schauen. Im Turm auf ein Uhr sind zwei Scharfschützen. Leg sie separat um, wenn sie sich trennen. Das muss ruckzuck gehen. Hoffe ich doch mal. Shit. Scheiße, die haben uns entdeckt. Ah, verdammt. Okay. Neuer Versuch. Ich hoffe mal... ...die trennen sich... ...und bleiben irgendwo stehen. Das wird das Ganze echt einfacher machen. Machen wir uns mal schauen. Im Turm auf ein Uhr sind zwei Scharfschützen. Leg sie separat um, wenn sie sich trennen. Das muss ruckzuck gehen. Okay. Na. Schalt den zweiten Kerl aus, bevor er sich der Leiche nähert. Gut, stimmt. Das muss ja kein Headshot sein. Der Soldat nähert sich dem Turmeingang. Er darf ihn nicht erreichen. Zielrechte Seite. Ja. Da musst du echt unterwegs sein. Nur Fernglas. So. Patrouille nähert sich dem Platz. Erstmal nichts machen. Hm. Alles klar. Da scheint keiner eine Granate zu haben. Sie verteilen sich. Mach dich bereit. Wir gehen mit dem, der dort rumhängt. Alles klärchen. Er ist tot. Und jetzt den zweiten. Ja. Einer hat sich von der Gruppe in der Mitte gelöst. Zeit, ihn zu töten. Nicht schießen. Abwarten. Ja. Abwarten. Und Tee trinken. Ausscheiden. Das ist mein Punkt. Alter. Drei Soldaten links vom Schrein. Die Zeit drängt. Versuch einen Doppeltreffer. Ich nehm den linken. Ach. Verdammt. Komm schon. Woher soll ich den Doppeltreffer denn versuchen? Von hier drüben oder was? Sollten wir hinkriegen. Was sollten wir hinkriegen? Im Turm auf ein Uhr sind zwei Scharfschützen. Leg sie sie berat um. Ich kann mich sogar hier hin. Das muss ruckzuck gehen. Shit. Okay. Nein. Schalt den zweiten Kerl aus, bevor er sich der Leiche nähert. Bin ich nicht dabei? Verdammt. Bin mir nicht auf den Keks. Scheiße Erdgeschoss. Soldat nähert sich dem Turmeingang. Er darf ihn nicht erreichen. Wenn du mir nicht im Weg stehen würdest. Wieso darf er ihn nicht erreichen? Scheiße. Die haben uns entdeckt. Ach. Komm schon. Lass uns mal schauen. Im Turm auf ein Uhr sind zwei Scharfschützen. Leg sie separat um, wenn sie sich trennen. Das muss ruckzuck gehen. Gut gemacht. Schalt den zweiten Kerl aus, bevor er sich der Leiche nähert. Scheiße Erdgeschoss. Soldat nähert sich dem Turmeingang. Er darf ihn nicht erreichen. Zielrechte Seite. Nee. Mist. Puh. Glück gehabt. Patrouille nähert sich dem Platz. Erstmal nichts machen. Doppelkrieg muss ich von da drüben aus machen. Naja. Sie verteilen sich. Mach dich bereit. Wir gehen mit dem, der dort rumhängt. Er ist tot. Und jetzt den zweiten. Einer hat sich von der Gruppe in der Mitte gelöst. Zeit, ihn zu töten. Nicht schießen. Abwarten. Der Liefden ist doch hier irgendwo hingelaufen. Ausschalten. Drei Soldaten links vom Schrein. Die Zeit drängt. Versuch einen Doppeltreffer. Ich nehme mir weg. Ja, dann geh mir aus dem Weg, du Idiot. Schöne Scheiße. Weil der Idiot mir nicht aus dem Weg gegangen ist. Scheiße. Alles klar. Gut gemacht. Na, und jetzt ab los. Einen Moment noch. Muss hier komplett sein, hier. Alles klar. Ah, hier hätten wir auch noch ein Paket. Schüsse. Geht in Deckung. Scharfschützen dort oben. An der Tempelmauer. Frag ich. Wenn ich hier sehe. Da. Komm hoch, mein Lieber. Verdammt. Na dann wird's aber. Was soll denn der Käse? Was soll denn der Käse? Was soll denn der Käse? Luft ist rein. Wir können ins offene Gelände. Razer 3-2, hier ist Gamble 2-1. Helikopter bereitet sich um die Landung vor. Wir brauchen dich hier unten. Sofort. Over. Gamble, wir stecken hier unten am südlichen Haupteingang des Tempels fest. Wir sind bald dort. Gestätigt. Warnung. Wenn du nicht pünktlich kommst, haben wir grünes Licht von Uniform, das wir angreifen.